Leute Willkommen zurück! Willkommen zurück! Wir ersparen uns auf unsere... Dingspumps Wann wird das nicht repariert? Einheit befördert Einheit verloren Sie sieht keine Schnitte auf dem Weg Sie sieht keine Schnitte auf dem Weg Was brauchen Sie? Ich regel das Kannst mal hier rein und wir schicken sie hin Dann geht sie wieder auch mal hier hin Unbesiegbar! Mammutpanzerbereit Dann wird das gar nicht, dass sie hier nicht repariert werden Einständig Sie stehen nicht ganz drin Aber dann gucken sie nach vorne, das ist nicht kacke! Ach, sie drehen sich schon um, wenn die Einheiten kommen Haltet die Waffen bereit Treffpunkt bestätigt War halt hier mal ein Bunker Kostet mich zwar in der Kostet 300, das kann ich nur schmerzen Sandsäcke 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 Da bauen wir so einen kleinen... äh... Bunker Da kann ich einen hineinstecken Also lass ich da... ich kann die... also da kann man maximal Ich glaube ich zwei Einen hineinstecken Und dann schießen die dann so einen Bunker raus Es ist nicht so gut zu gehen So wie ein Gebäude Aber es hilft schon ein bisschen, ja So 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 So, ich... 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 tu hier jetzt raus Tu die... da... da... da die rein Und die kann ich so oft wie immer bauen Weil ich nur Geld habe Ich kann... ich... kann ich immer bauen Diese... Wird gebaut Ähm... Sandsäcke Dingspups Dinger Feindliche Einheiten in sich Eins Und noch eins... an der anderen Seite... das sieht bestimmt geil aus Das kann ich mir so leisten, das kann ich mir jetzt auf jeden Fall noch leisten. Bau abgeschlossen, wird repariert. Na Leute, wenn wir die Unkündigungen haben, haben wir links oben in der Ecke eine Zeit. Wenn die Zeit abgelaufen ist, können wir die Unkündigungen wieder einsetzen. Immer wieder, ja. Das stellen wir jetzt hier hin. Zu wenig Energie. Seht ihr hier? 0,0,0. Wenn das darstellt, können wir ihn einsetzen. Aber da wir zu wenig Energie haben... Gebäude offline. Unsere Basis wird angekündigt. Gebäude online. Ja, die Abwehr haben alle keine Ingement, aber jetzt wieder. So geht es drauf, wenn der Unkündigungen ist. Ich kann schon abbeuern. Ich kann schon abbeuern. Kann ich abbeuern? Hier. 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 Die Unkündigungen. Das war die Unkündigungen. Das war die Unkündigungen im ersten... Die Ionenkanone ist online und steht zur Verfügung, Commander. So. Erstmal machen wir die Türme hier kaputt. Die Unkündigungen akzeptiert. Ich kann hier nicht reinfallen. Ich hab da keine Schnitte, ja. Ich mach die Türme kaputt. Dann die Türme hier. Und die Türme hier. Hier. Das sind überall Türme. Ja. Das Ding ist unten. Wenn das Ding so hoch fährt, ist die Unkündigungen aktiviert. Und zum anderen sehen wir auch hier, wie viel Zeit noch die noch hat. Ja. Damit sie aktiviert ist. Ja. Ausbildung. Naja. Ich weiß, jetzt mal Zeuge. Und da werde ich mal vergucken, dass ich mal ein Störse und zumindest zerstöre. Das nächste Ding ist hier. Aber ich mache die Unkündigungen einsätze. Dann sehe ich das Labor, was ich eigentlich einnehmen müsste. Ja? Bisschen blöd jetzt, das ist ein bisschen blöd, ich könnte zwei Sammler oder drei Sammler aber das will ich springen, weil, hab ich das gesagt, das will ich springen, weil, da kriegt ja total viel Geld, aber das Tito kann ich so schnell ab, kann ich so schnell nachwachsen, wie abgewaltigt wird, das ist ja nicht gut, nächstes haben wir uns dann um, hier drum kümmern, um Flugzeuge, läuft der Timer, ja er läuft, ok, da hat es nicht gelaufen, also wenn ich jetzt machen, bis er abläuft, jetzt 15 Minuten noch, wird noch ein bisschen länger, ist nicht so schlimm, ich glaube, das ist auch schlimm bei euch, wurde gesagt, es ist nicht gut, wenn man sich zum Beispiel bei Zelda, zum Beispiel Wintergewicht, das gespielt habe, da hat er bestimmt nicht Lust, sich da eine Stunde lang Wintergewicht reinzuziehen, ja, ich sollte kürzeste Parts machen, hab ich noch gemacht, so die Endparts, aber, ja, ist halt so, so, wir sind erforscht, hier sind sie erforscht, und hier auch, ok, weil sie sind so stark, wie sie sein sollten, ich brauche jetzt ein bisschen Geld, wie ist denn, sind sie hier, da, der ist noch da, der ist noch da, weil er noch nicht gut ist, ok, ja, zurück, 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 musst du den Weg nehmen, du musst doch repariert werden, Kingdomantas, machte ich noch eins auchкіessen, stehe ich dann noch die Lowry, die Frühstück zu ihm anfangen, so frei, mein Nachhalt aus dem Zeitpunkt, du hast Mammut-Panzer Wann gehe ich hier vor? Zeit zu gehen! Wann gehe ich hier vor? Verstehe ich nicht mehr! Die Sinus füllen sich, glaube ich, schön langsam Weil wir ja schon gut Ja, sie füllen sich, seht ihr? Gut Haben wir vier Feierhocks? Wird gewandt Feierhock angedacht und bereit Oh, wir haben die mir und er vielleicht wieder Geil Bau abgeschlossen Feierhock angedacht und bereit Stealth-Einheit beortet Stealth-Einheit beortet Einheit wird angegriffen Oh, sie tut Unsere Basis wird angegriffen Einheit bekörpert Feierhock angedacht und bereit Ich meine, das sind Dings und meine, kann ich nämlich so nehmen Ja, alle 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 Zwölf Feierhocks gleichzeitig Und jetzt gucken wir das Geld aus Das sind Das sind schon diese Scheiß Diese Scheiß Verwichsten Bomber Das sind diese Scheiß Ähm Wertige Bomber Deswegen hab ich das hier gebaut Das ist ne Fugabwehrstellung Wird repariert Hätte ich aber ja Hätte ich eigentlich nicht gebraucht Oh, die Onen gebraucht Ich dachte, ich muss sie abfeuern Damit Ziel wählen Ionen kann oder aktuelle Oh, da werde ich mal mitficken Schätze ich mal Hahahaha, ich hab aber mitgefickt Kein So, denkst du dann was hier dran? Da haben wir eigentlich schon mal gesäubert worden Ja Die haben mein Ding gefickt Mein, mein Das war ein Das war ein BMT, oder? Oder war das ein BMT? Ich glaub schon Kein Problem für mich Wird repariert Wird repariert okay Ich finde das nicht sagen aber da kommt kurz wenn die zerstört sind liegen die da und die können wir einnehmen ja das ist mir egal wie ich habe eine bohme aufzuwerfen er hat sich auf seine bohme aufzuwerfen ich glaube mit dem upgrade können die auch flugzeuge angreifen oder mein Gott ich glaube ich glaube die Baumhörter können mit dem upgrade das 5000 auch flugzeuge angreifen da täusche ich mich da ich weiß es nicht wenn wir so wenn ich den großen Angriff starten wenn ich den einmal überstehe und dann diese 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 sag schon diese aber der Kampf wird haben wir dann einmal wenn dann zu mir wo ich einnehme das ist alles gar kein Problem mehr da haben sie keine Chance mit mich irgendwie zu besiegen natürlich mit heute mit dem jetzigen stand haben sie gute Chancen mich fertig zu machen wenn sie aus dem einfachen Kampfplatz kommen ich habe die Mission damals auch schwer gemacht ja aber hier habe ich jetzt auch vielleicht da habe ich schwer genommen ich weiß es gar nicht mehr oder was habe ich denn genommen feindliche einheiten in sich ich weiß es gar nicht mehr machen ja kommt her zu mir gib mir gib mir meine ich habe meinen Staat so damit sie sich selbst halten können ich bin zugefahren Mammutpanzer bereit du fährst dich mal hier vor Mammutpanzer bereit du fährst zurück Mammutpanzer genau nicht vorgegen Ginge unbesiegbar Mammutpanzer bereit Mammutpanzer das Rick diese Felsin kommt ein bisschen weiter vor Rigg einsatzbereit auf zur Front jawohl ja er hat sich der halte denn dann stehe leute würde sich der ersten stern der hier er wird sich selbst heilen Immer. Ja. Und das werden die beiden ja auch ins Band haben. Wenn die paar Kinder kommen. Das ist soweit gut. Wir haben auch Geld. Ausbildung. Gucken wir jetzt wieder bereit. Sie waren hier oder? Das haben wir schon gesagt. Das haben wir... Ich weiß das gar nicht. Auf das haben wir überhaupt nichts gemacht. Ziel wählen. Ionenkanone aktiviert. Leute ich muss hier mal irgendwas einsetzen ja. Firehawk angedockt und bereich. Das hier müssen wir noch. Ja die anderen beiden haben wir. Anderen beiden eingehen. Hier können wir nichts machen. Wenn ich die Umstände hier einsetzen möchte. Oder hier irgendwo. Geht das nicht. Weil es einfach... Es geht einfach nicht. Weil es einfach nicht geht. Und jetzt sehen werde ich... Lass sie zerstören. Das ist ein Störsender. Da werden zwar ein Flugzeug jetzt aufgehen. Weil die sind überall Mauern. Ja. Aber diese Mauern sind auf verschiedenen Stellen Flugabwehrsdinger. Und wie ihr seht. Hier sind auch Flugabwehr. Da werden meine 16 Firehawks vielleicht drauf gehen. Meine zwei Firehawks. Aber... Sie haben sich eine gute Sache dann geopfert. Ja. Ich kann es halt nichts tun wie Gänze haben. Warten und Gänze haben. Ja. Wen kann ich nicht tun im Moment. Einheit wird angegriffen. Mammutpanzer bereit. Einheit wird zuerst. Ich komme. Ich schaue in keinem mit. Ich leere mich. Los geht's. Mammut rückt vor. Ja. Also ich werde es so machen. Ich habe jetzt die anderen Parts. Sie haben Humble hatten wir gesagt. Und... Die Parts hier werde ich dann sein Umwand jetzt dann. Und... wenn ich dann noch einstellen wie nacht und hundern weil ich einfach ins Bett muss es 10 Uhr abends jetzt ich habe morgen halb drei oder nicht ich habe drei Wochen die Wunschbesitzung als er dir wahrscheinlich umziehen ja eigentlich einheiten in sich aber da muss ich mal eine Morge hier nur wollen oder wenn er das sehen ob wir um die umziehe oder nicht mehr die eine gewisse weil er es gibt immer noch mehr es gibt immer noch es sind immer noch wenn ich 50 Jahren in der Leiter 50 wenn er wohl und sein es gut klappt werde diese wurden aussehen das ist nicht mehr gut klappt wenn man an den musikern es ist so ich habe es mal ein bisschen ich habe er gewisse es ist hier jetzt wurde und nix ab nix aber dann werden wir und dann der Arschloch schnitt schnitt Prozent und um die Einheiten in sich ich habe gesagt muss die Niums Kündigungs-Dings-Bombs also Kündigungs- Frist und mit dem Akust habt ihr noch Zeit also wenn alles klappt werde ich am ersten Akust umziehen oder schon früher wenn die für Mieter nämlich früher rauslassen sollte von der Wohnung ja weiß aber nicht glaube ich würde natürlich auch während der Mieter bestehen ich weiß ich kann aber erstmal morgen muss ich gucken wie die Wohnung ist ob ich die überhaupt so ob ich die so nehmen kann wie die ist und so ob sie mir gefällt also ich glaube schon weil ich glaube schon sie nehmen weil es ist nämlich so ein Moment ich wohne hier in dem Dorf ich habe kein Auto ja und hier mit Bus zu fahren ist sehr sehr scheiße und dann täglich ich lasse euch hinschickt dann in die kleine Stadt es ist ja nicht so groß dass man sie irgendwie Stadt nennen könnte aber sie hat zumindest einen Bahnhof ja und mit dem Bahnhof wenn sie zum Teil einen Bahnhof und dann ist alles ok wenn ich den Bahnhof habe ist alles ok ich zeige euch jetzt mal diese Abwehrdinger hier seht ihr das dann nehmen wir ein Projekt Von mir aus. Und wer war? Wie weit sind die? Oh, der hat Stern und der? Der hat Stern und der noch nicht. Wo? Wo denn? Ne, die haben uns dann nicht gefickt. So, wir werden kurz den Speichern, Leute. Und so haben wir einfach einen Grund, weil ich jetzt meine Firebox starten werde. Wir werden versuchen, die erste Abverstellung zu zerstören. Falls das misslingen sollte, werde ich die Videos schon mal wieder laden. Und ich sehe, weil es alles schon so vorbei ist. Also werden wir jetzt zurücksetzen. So, Leute. Hier machen wir keinen Schnitt. Bis nächstes Mal. Wir gehen jetzt jetzt wieder kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. him